Guten Tag, mein Name ist Guido Zech, ich bin Produktmanager für den Bereich Camcorder bei Toshiba und ich möchte mir heute ein neues Produkt von uns vorstellen, die Camilleo X-Sports. Wir haben im Bereich Sport schon mehrere Produkte auf den Markt gebracht. Hier haben wir unser Top-Produkt. Der Bereich Sport und Aufnahmesport wird immer wichtiger. Hier haben wir ein Gerät, was nicht nur schick und stylisch aussieht, sondern auch wirklich viele High-End-Features beinhaltet. Angefangen beim 12-Megapixel-Sensor, WiFi-Konnektivität, die Aufnahmequalität ist 1080p mit 60 Frames pro Sekunde. Kann man auch entsprechend umstellen auf 720er-Auflösung mit 120 Frames pro Sekunde. Das ist schon eine enorme hohe Bildwiederholrate. Das Ganze kommt in einem großen Paket mit viel Zubehör. Angefangen von einem wasserdichten Kunststoffgehäuse, Tauchtiefe bis 60 Meter. Wir haben eine Fernbedienung dabei, dass wenn die Kamera irgendwo auf dem Surfboard installiert ist, dass man die Bedienung ganz bequem über große, komfortable Druckknöpfe betätigen kann. Wir bieten sehr viele verschiedene Fotofunktionen, gerade für den Sportbereich. Dazu gehören natürlich Fotoburst, also Serienfotos. Dazu gehört eine Zeitlupenfunktion. Dazu gehört auch Zeitraffer. Da gehören Fotos während der Videoaufnahme gleichzeitig. Wir haben aber auch, weil wir uns nicht nur auf den Sportsektor konzentrieren wollen, auch interessante Features, die diese Kamera zu einer Familienkamera machen. Wir haben für normale Aufnahmen eine elektronische Image-Stabilisierung drin. Wir haben ein 2 Zoll Farbdisplay drin, damit man auch bei manuellen Videos immer genau den richtigen Ausschnitt trifft. So kann man auch wunderbar zum Beispiel die Kids beim ersten Schwimmversuch aufnehmen oder eine Achterbahnfahrt im Freizeitpark, den sie mit der ganzen Familie machen. Wie schon erwähnt, ist die Kamera auch Wi-Fi-fähig. Das heißt, sie können über den iOS-Store oder den Android Play auch entsprechende App hinunterladen, sodass sie ihr Smartphone oder ihr Tablet nutzen können, um die Kamera zu steuern oder um Inhalte wiederzugeben oder auch hochzuladen in verschiedene soziale Netzwerke wie Facebook, YouTube oder was auch immer. Das Ganze kommt mit einem sehr großen Zubehörpaket, damit man nicht im Nachhinein noch in die Geschäfte laufen muss, um sich zusätzliche Befestigungskits zu beschaffen. Wir haben Fahrradhalterung, wir haben Helmhalterung dabei, wir haben verschiedene Klebepads eben sowie auch gewölbt. Wir haben eine Dreigelenkverlängerung, auch immer den optimalen Winkel einstellen zu können. Wir haben das Gehäuse, wir haben die Fernbedienung und das alles zu einem UVP von 279 Euro.